Savadeka im Ruantai Spa, der Ruhestätte und Nummer 1 für Thai-Massagen und Wellness im Großraum Stuttgart. Leistungsdruck, Zeitnot und Stress schaden Ihrer Gesundheit. Bei uns können Sie inmitten Ihres Alltags entspannen, sich verwöhnen lassen und erholen. Neben traditionellen Thai-Massagen bieten wir Ihnen auch Öl- und Spezialmassagen sowie Beauty- und Waxing-Behandlungen mit Bioprodukten. Ob Schwangerschafts- oder Ruantai-Ölmassage, Gesichtsmassage mit Reinigung oder Bodywrapping, Ihr Wohlbefinden steht bei uns im Vordergrund. Selbstverständlich werden all unsere Massagen und Behandlungen von zertifizierten Profis durchgeführt, die über langjährige Praxiserfahrung verfügen. Besuchen Sie uns einfach und lassen Sie sich in stilvoller Atmosphäre auf unseren gemütlichen Massageliegen nieder. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!